Frau Präsidentin, meine sehr verehrten Damen und Herren, die Mission Atalanta wird dieses Jahr zehn Jahre alt und sie ist eine erfolgreiche Mission. Wenn man sich die Daten ansieht, dann wird man feststellen müssen, dass noch vor sieben oder acht Jahren von etwa 20.000 Schiffen, die die Handelsroute um den Golf von Aden passiert haben, etwa knapp 200 Schiffe angegriffen wurden. Das ist eine Attackenrate von fast einem Prozent. Damit ist die freie Schifffahrt und freie Seefahrt und die Sicherheit der Handelswege in diesem Bereich stark gefährdet gewesen. Diese Mission hat dazu beigetragen, die Handelswege wieder sicherer zu machen. Das ist gut und das ist ein Erfolg, und den sollten wir nicht schlechtreden. Wenn jetzt darüber gesprochen wird, es läge gar keine Legitimation vor, Handelswege zu schützen, dann haben Sie, Herr Kollege Pflüger von den Linken, das UNC-Rechtsübereinkommen gar nicht verstanden. Es ist nämlich völkerrechtlich allgemein anerkannt, dass die Seefahrtswege sicher sein müssen und dass die UN auch diese Seefahrtswege schützen darf. Die sichere und freie Küstenfahrt gehört zum anerkannten Völkerrecht. Sie stellen also mit Ihrem Antrag das Völkerrecht infrage. Wir haben nichts anderes von Ihnen erwartet, aber durch diese Einlassung haben Sie sich blamiert. Und, meine Damen und Herren, man darf auch nicht vergessen, dass es hier auch um humanitäre Aspekte geht, um die Frage des Welternährungsprogramms. Das ist bereits angesprochen worden. Und da muss ich sagen, dass es nicht nur um die Frage geht, wie werden die Menschen in Somalia selbst unterstützt. Es geht auch darum, dass wir Menschen in Not im Südsudan, in Darfur, durch Lebensmittellieferungen schützen und damit auch der Einsatz für humanitäre Hilfe im Südsudan und in Darfur nur möglich ist, weil diese Küstengewässer geschützt werden. Wer also das Programm Atalanta in Frage stellt, der legt auch die Axt an, an der humanitären Hilfe in diesem Bereich, die so dringend benötigt wird. Und ich bitte Sie abschließend auch mal auf die Zahlen zu sehen. Wir nehmen diese Mission aus Verantwortung wahr. Und wenn Sie sich die Kosten ansehen für den Bundeshaushalt, dann stehen hier 37,7 Millionen Euro Aufwendungen für unsere Bundeswehr. Aber unser Staat, unser Land hat allein im Jahr 2017 zur Bewältigung der Hungerkrise in Somalia über 140 Millionen Euro humanitäre Hilfe geleistet. Dazu kommen noch die Mittel aus dem Bereich der Entwicklungshilfe. Wir haben also zu Recht einen doppelten Ansatz. Auf der einen Seite die notwendige Sicherung der Handelswege, auf der anderen Seite die humanitäre Hilfe. Und das Ganze dient zur Stabilisierung der Region im europäischen Kontext, weil es uns nicht egal sein kann, dass am Horn von Afrika ein Staat existiert, in dem Menschenleidende instabil ist. Wir tun alles für die Stabilität und dazu dient auch dieses Mandat. Und deswegen darf ich Sie um Zustimmung bitten. Herzlichen Dank. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir sind noch nicht am Schluss. Vielen Dank.